Also bei Messenger-Problemen nach der Bayern Cloud suchen, sich anmelden, im Browser am PC am besten, nicht am Handy. Dann in den Messenger klicken, sich dort mit der Büchskennung anmelden, diesen Vierwortschlüssel eingeben. Wer den vergessen hat, kann einen neuen setzen und dann ist man hier drin. Und dort klickt man hier auf sein eigenes Profil und kann hier auf die Sicherheit klicken. Und im nächsten Schritt bei Sicherheit mal schauen, gibt es ein Backup-Device. Wenn das da ist, sollte eigentlich alles funktionieren. Wenn es nicht da ist, ist das ein Hinweis, da stimmt was nicht. Also nochmal anmelden und schauen, ob beim zweiten Mal einer da ist und immer noch nicht dann eben Support kontaktieren. Ein anderer Trick ist, hier nach unten scrollen und dann habe ich hier die Möglichkeit, also gewisse Geräte anzuklicken und abmelden und dann sich eben neu anmelden. Das hilft auch manchmal bei den Messenger-Fehlern und wenn gar nichts hilft, Support kontaktieren.